Ha! Ja, Mo. Heimat meines alten Freundes Meneth. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Meine Bistole! Woa! Oh! Du musst mir helfen. Ich befehle es. Magi, hilf mir. Ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an! Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Au. Ich bin für Sie. Ich bin für Sie. Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lass mich doch bitte in Frieden. Das wird Claudius sein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Orchi, Orchi! Was wolltest du hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... Ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeiten. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig! Umsonst! Wie könnte ich da wieder... stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist? Oh! Stimmt! Dann wach dich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch! Meine Freunde in der Stadt werden mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab' mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie... Sie gab mir zu trinken. Heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen! Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, nein, nein! Nein, geht, geht nicht! Die töten mich! Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Bitte, hilf mir! Wir? Vergiss nicht! Das ist blanke, Mann, Griechen. Die haben unserem Land schon genug gestorben. Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen! Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm! Ja! My position, Gerev! Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft. Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020